Wie oft hast du dich gefragt, ob du auch wirklich an alles gedacht hast, damit es deinem Kind gut geht? Wie viel hast du darüber gelesen, was du tun kannst, damit dein Baby sich vom Stress der Geburt erholt? Und wie lange hast du darüber nachgedacht, dass an dieser stressigen Geburt ja noch jemand anderes direkt beteiligt ist? Genau. An uns selbst denken wir Frauen bei Mutterwerden gerne zuletzt. Dabei sind Schwangerschaft und Geburt ja auch Stress für dich und deinen Körper. Und im Wochenbett musst du mit einer völlig neuen Situation fertig werden und gleichzeitig wieder zu Kräften kommen. Also ist es keineswegs egoistisch, dir auch zu überlegen, wie du für dich selbst sorgen und deinem Partner vermitteln kannst, auf welche Weise er dich am besten dabei unterstützt.